Hi, willkommen zurück zu Shadow Warrior 2. Wir sind jetzt im Palast der Unsterblichen, was heißt noch nicht. Wir müssen mit der Amiona reden, mit der mal diese mutierte Dings hier, Kalingo, Kikio, keine Ahnung, gekillt haben irgendwie. Das sieht alles irgendwie creepy aus, aber cool, irgendwie. Ja, jetzt sind schon nur Nicht-Effekte hier. Okay. Hm, der hat uns nichts gemacht. Und das war ein paar? Hallo? Ne, steht nur da rum. Geht auch nur da rum. Moment. Ist da eine Quest? Na egal. Hallo. Ist das ich, was du schaust? Lo Wang, es ist zu lange. Freakshow. Oh, äh, hallo. Lass mich sagen. Du hast deinen Willkommen mit noch anderem Arbeitgeber gezogen. Du kennst mich. Ein weiterer Tag, ein weiterer Pinkslip. Sie, ähm, was war das, was sie gesagt haben? Was war das, was sie gesagt haben? Du kannst, äh, Handle the Wang? Haha, ja. Something like that, ja. Ja. Well, hier auf der Mountain, wir können definitivly Handle the Wang. Hahahaha. Please know that you can stay here as long as you need to rest, recuperate and plan your next move. Thank you. It's, uh, very much appreciated. There is actually one thing I think you can do for me. Name it. This is gonna sound weird. I very much doubt you can surprise me. Okay, um, I have a young girl trapped inside my head. Oh, I'm so glad you said something. Are you actively transitioning? Have you told the important people in your life? No, uh, no, it's not. No, no, I understand. These things can be hard to talk about. No, it's more of a, a magical situation. Oh, wonderful. I'm so happy you're at peace with it, darling. No, I, I rescued a girl. She was mutated in one of Zilla's experiments. In order to save her, a Chi Master placed her soul in mine while he fixed her body. Oh, how fascinating. Not really. He was killed, and now she's stuck. I was wondering if you could put her soul back if we were able to locate her body. My darling, oh, sorry, darlings. I would be delighted to help you. Transitions like these deserve to be marked with care. I'm touched you would ask me. Oh, wonderful. Who is this girl? Oh, um, she's the daughter of the Yakuza's big boss. I see. So you have taken something precious to them. Believe me, I'd give her back if I could. You two don't get along? Oh, no, no, she's really, really wonderful. Don't get me wrong. But yeah, I want her the fuck out of my head. Where is her body now? Yeah, so that's the thing. It sort of mutated into this giant monster-beast thing and, um, ran away. Oh, blow-wang. You do get yourself into the most marvelous scrapes. Everyone has a talent. Well, we are simple folk up here on the mountain and do not invite adventure. I won't be able to help you get the body back, but if you can retrieve it and return it to its original form, I can sort out her soul for you. Excellent. Oh, and if you find yourself with time on your hands, speak with Gozu. He has been getting overwhelmed with his duties and may need some help. Overwhelmed by duty? That sounds like Gozu. I'll check it out. Well, you certainly sound eager to get rid of me. Oh no, not at all. You should think about re-decorating in there. Maybe get some curtains, brush the place up a bit. You know, really make it you all. Wow. Wow. Okay, okay, okay. Also erst mal Herstellungsoption. Wir können jetzt die ganzen Dinger kombinieren. Was ich cool fand, das Gespräch anfangs. Das ging mal ein bisschen in die andere Richtung. Das war cool. Und jetzt, der andere Typ hat Questions. Können wir hier raus machen? Ja, können wir. Das ist eine Sache, die ich brauche, um den Geist zu machen. Und das ist? Ancestral Chi. Oh, gut. Ich habe nur ein paar aus dem Piggly Wiggly. Ancestral Chi ist für jede individuelle Person, und verwendet in den spiriten ihrer Familie. Ich brauche eine close relative. Oder eine Körper. Hey, kein Problem. Ich gehe auf die Mutter. Hm, Mutter. Nein, nicht genug Macht. Es braucht ein Kind oder ein Kind. Sie ist ein einziges Kind. Und ihre Mutter ist tot. Hm. Dann schaust du ihren Vater, ich glaube. Und wie müssen wir ihn finden? Bring mir etwas von seinem und ich werde dir helfen können. Was? Wie ein von seinen alten Playboys? Oh, ein Magazin würde funktionieren. Kleine ist besser. Eine Weapon ist besser. Wenn du es kannst. Wunderbar. So. Wir kommen direkt an das. Hm. Okay. Das war dann wohl die nächste Story Mission. Was kriegen wir dann? Elementar Knockout. Okay. Boah. 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 Das will ich an. Ja. Machen wir natürlich. So. So. Hast du eine Idee, wo dein Vater ist? Nein. Nein. Aber ich weiß, wer das ist. Meine liebige Meemaw. Mabushi Heika. Sie wissen. Sie sind nicht so dumm wie sie sagen. Sie wird uns nichts sagen. Sie wird uns nichts sagen. Sie wird uns nichts sagen. Aber sie trägt etwas von seinem, wo sie geht. Sein Wakizashi. Warum hat sie das? Er hat sie. 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 Okay. So. Und dieser junge Herr hat. Aufgabe für uns. Führen wir doch mal an. Es gibt ein Problem. Wir haben überhaupt kein Thema mehr. Okay. Das ist natürlich wichtig. Aber wir haben mal das hier. Oh. Wenn es nicht der Poster-Child für Prozac ist. Wir müssen jetzt sein allies sein. Come on. You're an immortal being. Aren't you even going to try to smite me? Wir haben ein Problem. Amiona hat sie geholfen. Was ist falsch? Hier auf dem Mountain. Aren't you guys all walking around with rainbows and unicorns pouring out of your asses? Es ist nicht was hier das Problem ist. Some of our number have gone missing. Wait. Let me get this straight. There were people who actually chose to stay the hell away from you? Who in their right mind would do such a thing? Laugh all you want. But this is serious. After going to town for supplies, several of our people never returned. Something foul was afoot. Let me guess. You want me to check it out? Amiona believes the Yakuza may be responsible. And she'd send you, but you'd just wind them to death. I'll take a look around. You wanted to see me, Eeyore? I don't know what to do. Oh no, did you run out of adult diapers again? We have completely exhausted our supply of tea. I'm gonna go ahead and file that under uptown problems. Do you have any idea how much that stuff costs these days? Amiona takes her tea every day at four. It simply cannot be missed. Okay. Where do you usually get it? We have tea plantations deep in the wildlands. But we have not had a shipment for days. I fear something terrible has happened. Well, you're involved, so it's already pretty bad. Without tea, the goddess becomes... upset. All right, all right, I'll check it out. But just for the record, this is the least gangster thing I've ever done. Thank you, Lo Wang. Your generosity will be remembered for generations. Just like your body order. Oh, what? Okay, now we have a lot of Nebenmissions. And somehow... There is still a... A lot of time. But what I'm interested in is that we can be able to combine those things. And that would I try again... And that would I try again... And that's what we should do by Master Dings. Do we do it? I can try again. I can try again. es gibt eine neue aktivität in der tranken gegend sie besteht aus prüfung in denen du alle gegner besiegen muss nicht das was immer ich gehe durch hoffen herzen der am links verdienen neue kraften optionen am am boss das habe ich nicht damit gerechnet es gibt wieder neue missionen ach gott oh gott oh gott das sieht eigentlich wieder recht hübsch aus moment so hast du noch irgendwas für uns schade dann sprichst du den bambus das würde ich mal wieder angucken auch das sind die das ding benutzen was können wir dann machen hier können wahrscheinlich drei stück gewalt aspekt das ist ein gut lebensverlust genügsam schaden bei kleinen gegner das können wir machen so aspekt der partikel elementar gewandelter schaden gewalt aspekt schadensradius lebensverlust kann das noch kombinieren das in form des verlustes irgendwie chance auf kritischen treffer und das machte bei er kommt und mir probiert es einfach mal was klinisch dann ist bei euch 4000 ich habe mir jetzt genug probleme tempogeist ist tempogeist guten buches magazin nach ladezeit was man gemacht hat das ist aber oder kann man hier zum beispiel doppel war für zwei diese aus mehreren löwen gleichzeitig schnell feuer modus hat ja ziemlich nachteile die dinge oder einfach mal gucken was passiert wenn man das sind warum probieren wir einfach mal was soll dabei rauskommt also ich kann das alles mit jedem kombinieren der munition was für ein scheiß ok präzision element der gefahr genügsamkeit magazin das ist jetzt wenigstens mal ein bisschen cool 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 fad sind losend temposseele der hast ja ist schon auch nicht schlecht aber nicht ganz so toll ok zumindest edelsteine reinigen kann ich nicht ach so du kann ich dann hier das ist diese andere ok es ist schön dass man was machen kann ich hab mir so ein bisschen mehr erhofft aber egal gucken wir mal was es da jetzt hier für andere missionen hier noch sind ich könnte mal ein bisschen crap verkaufen das ist doch eine gute idee zu großartig verkaufen so verkaufen der ganze müh und ich glaube ich habe gerade an der tür was gehört ich glaube ich muss gerne mal gucken ob meine Katzen will einfach weg alles verkaufen wir noch ein bisschen hier wie eh nur darum können wir vielleicht irgendwann nochmal ein bisschen was probieren so herzustellen brauche ich eh nicht mehr spieler mehr spieler scrap so später wieder ja stimmt ok das ende ist aus dem wang café das interessiert mich eigentlich nicht aber das da uh moment ähm ah hier ne was da gibt es mich äh ich bin grad verwirrt was es ist es gibt es irgendwas aber es ist nicht hier ich hätte es erschwingt dass wir die andere tussi ähm es ist nicht hier aber es ist nicht hier What the fuck? Pfff, holy crap. Was für eine Ausstattung von der Wohnung. Ähm... Da, Moment, wenn wir nicht hier rinkommen. Hm. Das ist jetzt nicht das, was ich gemeint habe. Schade. Ähm... Jo, gut, dann... Dann halt nicht. Dann halt nicht. Egal. Ähm, was tun wir? Wir müssen eine neue Mission machen. Und das machen wir gleich. Ich meine immer kleiner Katz. Ich muss die Katzrin los. Bis gleich. So, wieder da Katzrin gelost. Die esst. Mal gucken, wie lange wir Zeit haben, bis es mich wieder nervt. Okay, was machen wir dann? Monster Tee Party. Das mit der Kultiste Dämonen handeln. Na, Tee ist wichtig. Tee ist sehr wichtig. Mach mal die. Gibt's auch. Gibt's auch. Gibt's auch. Ich hab's geahnt. Ich habe es geahnt. Die ruft mich. Na, egal. Oder nicht egal. Na, schauen wir mal, was er macht. Ich werde schon merken, dass ich hier da bin. Und Tee, Tee ist wichtig. Da müssen wir uns definitiv drum kümmern. Monster Tee Party. Oh, ja. Und da suche die Tempelanlagen. Das ist ehrig. Woher ist jeder? Ich verstehe noch nicht, was das große Problem ist, über Tee. Die Leute wussten nicht, wie viel sie es liebte, bis es weg war. Oh, wie bei Baywatch Nights. Oh, okay. Die Leute wenden Tee in der Post-Apocalypse. So, wieder zurück. Hat bis länger gedauert, gerade bei mir. Die Katze mussten auch ganz viel getröstet und geschmust werden, weil es regnet draußen. Und das geht ja gar nicht ab. Das geht so überhaupt nicht, wenn's abends, nachts regnet. Das ist furchtbar. Okay. Aber jetzt mal zurück zu dem hier. Ne, das würde ich jetzt eigentlich nicht. Ich könnte mal... Oh, ja, genau. Machen wir das. Alternativ? Das ist für den Monster, oder was? Pum, Pum, Pum. Uh. Wow. Die Explodierung, kann das denn? Oh, ja. Making you dead makes me feel so alive. Wow. Hm. Und da würde ich nicht in der Nähe bleiben. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Ne, kann man nur... Wollten wir viel haben, müssen wir mal ein bisschen Abstand halten, befürchte ich. Oh, was ist denn das hier? Ah, was ist das? Das haben wir schon. Was auch immer das ist. Man könnte hier den Tooltip abwarten, aber... Okay. Achtung, woher hin? Ich will nur noch kurz... Moment, da wird das Navi. Hm. Was macht der Tempel hier? Und hinterm Tempel ist schon die Hölle los. Das ist leider nichts, die man hier schon mal drauf schießen könnte. Hm, leider nicht. Uncool. Oh. Da außen ist noch eine Truhe. Ist hier nicht grad. Hm. So, warte mal. Wir gehen jetzt einfach mal... Ne, unser Navi sagt was komplett ran. Dann müssen wir hier. Ich bin mal grad unsicher. Wir gehen jetzt auch noch nach. Wie geht's da hin? Das ist irgendwas in Ordnung. Waringatarr. um vor Ort um Oh, ganz da hin, da hin. Tja, da können wir doch den Weg gehen, würde ich sagen. Ach ne, die Truhe ist ohne. Na, alles klar. Ja, was muss ich eh schmarrern. Wir gehen an diese Truhe hier. Ich scheiß jetzt gerade mal auf das Navi. Der Weg sieht immer viel besser aus. Na, gucken wir mal an. Stuhl? Nichts. Oh. Ach, ne, das ist... Was? Hallo? Ich bin zurück. Das ist mal dann zu viel. Alle Richtungen. Oh, guck mal an. Oh, guck mal an. Das ist ein Weg, so. Oh, fuck. Das ist die Speinebombe. Wow, good morning. Ja, das ist eine Monster-Tee-Party, definitiv. So, guck mal einer an. Was haben wir dann hier? Ist doch nicht irgendwas. Achso, okay. Ähm. Hm. Hier ist irgendwo ein... Das war ein... Ein Checkpoint, genau. Das ist ein Checkpoint. Sehr nice. Aber mir wolle es eher schon mal in diese Richtung. Kann das hin? Eventuell nicht. Oh, guck mal. Okay, eine Plantage haben wir. Was ich jetzt... Warte mal. Wo würde mich Snabby hinschicken? Oh, guck mal. Hier ist noch was. Okay, aber ich vermute fast. Nee. Moment. Guck mal, ob wir hier wirklich richtig sind. Bin mir nicht so ganz sicher. Ich hoffe, das sieht gut aus. Ich würde aber fast brauche ich mal hier kleiner Cut. Im Jahr habe ich wieder unserer Zeit erreicht. Und beim nächsten Mal geht es munter weiter. Bis dahin dann. Bye, bye. Ciao, bye. 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 Vielen Dank.